Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Overwatch, jetzt wo wir letztes Mal so kläglich versagt haben mit Sombra, äh nicht mit Sombra Mercy, werden wir heute Sombra spielen, ich hab mich jetzt schon verplappert, ja, wir werden es probieren, gucken ob wir es machen und ja, und ich kann euch darüber auch ein bisschen was erzählen, ich mag nämlich eigentlich Sombras Charakter, aber mich stören ein paar kleine Sachen zusätzlich, von daher, mal gucken. Ja, Sombra ist ein Hackcharakter, wenn er Leute hackt, wenn er besonders, der Sombra, nein, wenn Sombra Leute hackt, dann, ähm, können die keine Fähigkeit einsetzen für den Moment, aber ihre Hackfähigkeit hat zwölf Sekunden Ablingszeit, und es dauert eine Sekunde, um jemanden zu hacken, aber meistens ist das schon genug, um angeschossen zu werden, denn jeglicher Schaden macht leider, dass Sombra aufhört zu hacken. Huch, das war leck, gut, ähm, auf jeden Fall kann man mit ihrem Medi-Paket zu hacken, die respawnen dann schneller. Und sie kann unsichtbar werden, und ist dabei viel schneller. Und wenn man jetzt ein Medi-Paket nimmt, das man gehackt hat, dann, äh, ist man wesentlich schneller wieder hoch, und es, erstens können es die Gegner nicht nehmen, und zweitens können es einhandeln. Ja, Spam, ruhig Spam so. Hä? Ich hab du, ich stand noch in der Heilung. Ja, erbärmlich. Ich halte die Fresse, Hansel. Hansel ist ein Charakter, den ich gar nicht mag. Sowohl im Spiel, als auch vom Charakter her. Ähm, und was mich halt stört, ist beispielsweise auch ihre Streuung vom Schaden. Sie hat ja nur einen Schuss und der streut gewaltig. Und deswegen ist es halt immer so schwierig. No. Warum müssen wir einen Hanzo haben, der nichts kann? Ich sollte mich nicht aufregen, ich bin auch nicht besser. Eine Sombra macht halt nicht so viel Damage. Also, auf Tanks geht's gerade so, aber die Streuung ist einfach zu krass. Und ihre Ulti, die können wir gleich zeigen. Äh, Rhodey, warum hilfst du mir nicht, wenn du da schon da hinten stehst? Danke. Also, ihre Ulti ist ein EMP. Das ist ein riesiger Hack, der alles hackt. Also nicht die Medi-Pakete leider. Aber die Gegner? Nicht so bad. Wer ist bad? Was für ein bad? Und, äh, zusätzlich, wenn ich nicht dauernd sterben würde und gleich nicht versagen würde, ähm, zeigt sie auch ihre Ultis an. Weißt du, das hat der McCree-Ulti. Aber ich glaube, wir werden es nicht schaffen, so wie es aussieht. Also, wer ist bad? Bin ich bad? Nein. Schreibt nicht. Da kommt eine Ulti. Es hat mich erwischt. Ich stand nicht mal drin. Ich soll mich nicht sehen, während ich hier drauf bin. Na, 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 na. Ach ja, da unten war ja auch ein hackbares Ding. Stunde. Besonders, ich habe meistens die schlechteren Runden, während ich aufnehme. Deswegen verzeiht es mir. Wir haben Leute dabei, die wirklich nicht so gut sind. Unter anderem mich. Deswegen verlieren wir gerade. Wenn ich alleine bin, kann ich mich besser konzentrieren. Muss ich nicht so erklären. Und da kenne ich auch was. Was sind Hans so innen? Draco Sombra. Ey, der heißt wie ich Draco. Das ist mein Name, ey. Was soll das? Das ist mein Name. Was ist das? Es passt gerade. Ich spiele Sombra. Und der heißt Draco Sombra. Jupp, I was in. Was? Ach so, auf dem Spot. Aha. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es hier sinnvoll ist. Aber wir probieren es einfach. Hier kann man... Ja, eher hoch. Hier kann man halt noch gut hoch wegen der Sprungplattform. Das ist wegen können. Wir versuchen, oben anzugreifen. Und zwar war es da oben. Hui! Oh, außerdem finde ich die Reichweite zu kacke. Zu kacke von ihrem Heck. Ich meine, du kannst niemanden von der Entfernung hacken. Hast du mich vermisst? Der Ziehpunkt ist jetzt als Initiator erschienen. Ich muss wirklich nicht in der Nahe klingen. Vielleicht viel besser. Geht geil. No, 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 no. Na, was habe ich gemacht? Ich bin... Warum bin ich aus dem Unsichtbarkeitsmodus raus? Draco, bist du dumm? Ja, ich bin dumm, ich weiß. Es könnte also jetzt schon relativ schnell gehen. Ich hoffe nicht. Swap Sombra? Nee. Ich bin jetzt mal... Sondern das sagt, das ist der Genji, der selber schlecht ist. Kill ihn! Danke! Ich vergesse immer, mein Dings zu machen. Sag kurz. Nice Charge. Äh... Ich vergesse halt immer, meinen Teleporter hinzusetzen, damit ich mich retten kann. Sondern das ist Totemalight, Genji? Ich habe jetzt nicht unbedingt etwas Besseres von ihr gesehen. Ich unterstütze die Leute wenigstens mit die Packs. So, so geht das. Sehr gut. Okay, jetzt warten wir auf unseren Teleporter, damit die dann hochporten können. Ich würde mir wünschen, bei mehr Fähigkeiten was abbrechen zu können. Beispielsweise bei, ähm, Symmetra, ihren Teleporter. Oder bei... Tschüss, Rhodey. Mach schon mit dir. Nö. Oh, das war, äh, schnell. Deswegen hasse ich den Hack. Er wird zwar ein bisschen gebufft mit dem nächsten Patch. Ist auf PTA aktuell auf 0,8 Sekunden. Aber leider bringt das kaum was. Leider. Und wahrscheinlich werde ich dann von Genji zugeflamed. Wobei, guck mal, ich habe selber einen Zielfortschritt-Käse. So schlecht bin ich jetzt gar nicht. Und ich, ich, äh, bleibe gerne auf dem Spot. Und guck mal, ich kann nicht mal die da oben hacken. Ich hab's überlebt. Ich bin immer noch. Farah klingt so voll angepisst, wenn sie stirbt. Natürlich hat's mich erwischt. Warum auch nicht? Oh, jetzt haben sie einen Bastion. Ich hab dem eine gehauen. Oh, das zählt nicht. Nee. Stirb doch. Aber bis jetzt hat nicht unbedingt jemand voll das gute Highlight hingekriegt. Oh, oh, komm schon. Schaff mir. Los. Komm schon, komm schon. Ja. Nein. In der letzten Millisekunde. Ich wollte ihn angreifen und hacken, aber... Wie, der jeder Schuss trifft? Ach, Rhodey. Super. Danke, dass du, äh, da oben stehst und voll nützlich bist. Er hätte auf dem Spot bleiben sollen. Schade. Na ja, ist ja länger, das Ganze ein bisschen. Vielleicht wird's halt... Vielleicht lade ich einfach ganz immer eine Runde hoch. Ich glaube, das ist gar nicht mal so scheiße. Und schwupps, weg war sie. Aber ich kann nicht viel machen. Ja, ich will mal rausgefokust werden. Oh, nope. Ja, wir haben's. Nice. Nein. Es war an mir dran, fuck. Fuck. Aber immerhin hat's mich gekillt und nicht, äh, irgendwie... Nen Tank. War also gar nicht mal so scheiße. Wie oft hat der... Der, der, der Lulu... Ne Ulti. Schaff das. Wer, wer, hast den Kurva? Einer lebt, einer lebt, einer... Oh, fuck. Verteidigt den Zielpunkt. Empfänger aufgestellt. Ich warf'n Spot. Okay. Niederlage. Ich hab' noch Genji gekillt. Schön verkackt mit Sombra. Highlight des Spiels. Draco Sombra. Warum heißt der so wie ich? Ja, ja, ja. Ah. Hm. Wunderschönes Highlight, wüsste ich schon sagen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Wenn es weniger verkackt. Es tut mir leid, dass es so schlechte Runden sind. Könnt mich ja auslachen im Kommentaren. Hahaha. Lolo, roffel. Ciao.